ARD Text im Auftrag von Funk 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 Come on boys, da waren zwei, ich weiß, beide tot, noch einer, down, jo, Nikos da ist wieder das Wetter, ist ja klar, es muss einer drin sein, Jungs, es geht gar nicht anders. Ich mache natürlich genau in dem Moment die Konterdrohne raus, für diesen kleinen Bruchteil einer Sekunde, diesen kleinen Bruchteil einer Sekunde muss er natürlich mich dann pushen. Besten Dank, Digga. Sit down, Alter. Let's go. Oh mein Gott, die Nade. Alter, hör doch auf, bitte. Hör doch auf mit deinen schwulen Nades, ey. Ich bin jetzt so blöd, um zu wallrun. Wahrscheinlich fahre ich hier so ganz langsam diskret runter. Ah! Oh mein Gott. Beide down, du Krüppel. Ein Kamerad hat der Sänger gefordert. Oh mein Gott. Ja, es ist ja leckerlich. Oh Gott. Oh Gott, was ist das für eine Action? Hat mein Back-Buck-Trottel. War klar, nicht mal der andere metert ihn. Wahrscheinlich muss ich die Gegner wieder so penetrieren. Ey, das ist so lächerlich, Mann. Ich hab einfach kein Glück. So, ob da noch einer sitzt, Digga. Ich bash die Gegner ja so des Todes. Die haben ja überhaupt keine Chance. Sit down. Oh mein Gott. Ich fixe halt wieder durch, Ordinate. So. Nächster Warden, Alter. Junge. Oh, hätte ich den auch bekommen. Digga, das ist ja die absolute Vergewaltigung, Alter. Ein TDM ohne Spaß. Das ist schon eine harte Vergewaltigung. Kann mir keiner was erzählen. Guckt euch den Feed an. Ich sitze eigentlich jetzt hier rechts, Born. Aber ich... Da ist er. Nächster. Oh mein Gott. 50-11 wieder. Oh mein Gott. Das sind so krasse Runden gerade. Leider hab ich die erste nicht aufnehmen können, wo ich 46-6 gegangen bin. Oder 64-6 oder sowas. Brutales. Aber, ey. Die zwei Runden waren schon schmackhaft genug, glaube ich. Für ein Video. Komm, jetzt bitte noch keinen Turn-On mehr hier. Der Video auch die ganze Zeit Nades spammen. Das ist schon krass. Ja, Jungs. 54-12 ist, denke ich mal, ein akzeptabler M-Score. Ich hoffe, euch haben auf jeden Fall die beiden, ja, Live-Runden jetzt hier in Infinite Warfare gefallen. Ja, wenn das der Fall gewesen ist, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch gebt. Und, ja, das war's jetzt. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.